Hallo zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Paprika-Sahne-Hähnchen und dazu benötigen wir Hähnchenbrustfilet, Paprikaschoten, eine Zwiebel, Knoblauch, getrocknete Chilischoten, Sahne, Schmand, Tomatenmark, Gemüsebrühe, Paprikapulver edelsüß, Paprikapulver scharf, griebenden Käse, in meinem Fall habe ich jetzt Gouda genommen, etwas klarer Brühe sowie Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Wie immer beginnen wir zunächst mit der Schnippelarbeit, dazu schneiden wir die Paprika in kleine Stückchen Außerdem muss auch der Knoblauch klein geschnitten werden und die Chilischote etwas zerkleinert werden. Im Übrigen könnt ihr auch eine frische benutzen. Falls ihr bei der Chilischote einen Mörser habt, könnt ihr den sehr gut nutzen, um diese schön zu zermahlen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um das Hähnchenfleisch, das wird von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer gewürzt und falls ihr möchtet, könnt ihr es auch noch mit etwas Paprikapulver würzen. Die fertig bearbeiteten Hähnchenbrustfilets werden anschließend in einer Pfanne angebraten. Sobald die Filets durchgebraten sind, können sie in die Auflauffung gegeben werden. Wir kümmern uns jetzt noch um die Soße. Dazu braten wir zunächst die Zwiebeln an, in der gleichen Pfanne, in die wir auch zuvor die Hähnchen angebraten haben. Wenn diese etwas Farbe bekommen haben, geben wir die Paprika hinzu und lassen auch diese einigen Minuten andürzen. Danach würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer und fügen dann das Tomatenmark sowie die beiden Paprikapulver hinzu. Dann vermengen wir das Ganze, bevor wir schließlich die Gemüsebrühe hinzufügen. Nach einer kurzen Köchepause geben wir dann Schmand und Sahne hinzu. Beides rühren wir erneut unter die Paprika-Zwiebel-Mischung und wenn die Soße dann nach einer kurzen Köchepause fertig ist, geben wir sie über die Hähnchenbrustfilets. Zum Schluss verteilen wir darauf noch den geriebenen Gouda und dann kommt der Auflauf für 30 Minuten bei 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. Das Gericht serviere ich persönlich am liebsten mit Reis. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Boah, betit und bis bald. Tschüss!